Habe ich gesagt, das überlebe ich nicht. Ich habe es überlebt. Oh, mein Herz. Alter. Ja, genau. So. Da kommt er direkt auf uns zu. Kann ich jetzt eigentlich wieder zurück? Ist der weg jetzt? Das ist doof, ne? Ich weiß, aber... Na, guck mal hier. Ach so, das ist einfach nur eine Tür zum Altengebiet. Na dann. Boah. So. Wo sind wir denn jetzt? Geben von Zäunen. Alter, ist schon wieder die Batterie leer. Ich habe ja gesagt, das wird uns ordentlich kosten. Also fressen. Also fressen kosten. Also nicht fressen kosten. Äh, was? Äh. Hä? Müssen wir hier nicht... Müssen wir hier nicht irgendwie rein oder so? Oder was? Hä? Hä? Ich meine, wir sollen Vater Martin ja auch auf der Außenseite treffen, aber... Ach, hier. Eine Notiz. So viel Blut im Wasser. Ich kann es riechen. Als hätte ich wie in Kindertagen einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Ah, ich glaube, wir werden auch langsam ein bisschen verrückt, was? Da hinten liegt was. Oh. Ah, nee. Doch. Ah. Ein Walkman und eine Batterie. Ich habe jetzt keinen Plan, wo wir lang müssen. Wie so oft halt. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier lang. So ein bisschen, dass wir die Wand im Blick haben. So, hier ist Licht und da ist... Das ist wieder was, wo man draufsteigen könnte. Von hier kommen wir, ne? Ja. Okay. Aber wir sollten den nach draußen treffen. Geht das jetzt hier rein? Speichert. Hä? Okay. Der Dicke ist auf jeden Fall noch unterwegs. Das wissen wir jetzt. Und der ist auch komischerweise immer da, wo wir sind. Der muss ja auch irgendwie klein zu kriegen sein. Benutze die oberen Stockwerke, um zu Vater Martin zu gelangen. Hieß es nicht gerade noch? Trifft Vater Martin draußen? Hom. Ähm. Warum sieht das hier aus wie... Oh. Höhö. Ich gucke erst mal da hinten. Ich glaube, wir müssen hier lang. Tür ist zu. Das ist eine Batterie. Äh. Boah, ich hasse das. Ich hasse das. Hier ist kein Licht, ne? Nö, sogar nicht. Wir kämpfen jetzt irgendwie von Batterie zu Batterie hier. Äh. Äh. Hä? Da ist ja gar keiner drin. Ja, der hinten ist weg. Oh. Oh. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber... Okay. Was ist das für ein Geräusch? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Gar nicht schön. Gar nicht schön. Der kommt doch von da hinten, oder? Höh. Oh. Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Wallrider erscheint. Ich blinz und sehe atmosphärische Störungen und etwas anderes. Etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht. Mich mit Organen anstarrt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Aber das Geräusch stammt auch aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Ich kenne es. Okay, so langsam verfahren wir hier auch den Wahnsinn. Äh, was? Das geht? Was war das gerade? Ach so, linke Maustaste zum Schließen, ne? Batterien? Keine Batterien. Da war ja gerade ein Kollege da hinten irgendwo. Ist das ja nicht nix. Äh, hallo? Ich will da um die Ecke gucken. Was denn? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Oh. Scheiße, das ist schon wieder so eine Versteckstelle hier. Okay, die oberen Stockwerke. Nach oben ist gut. Eine Akte. Kurze Einführung in die Wallrider-Mythologie für den Betreuerstab von MRD, Merk of Corporation, Hinweis, nur für unterstützende schriftliche Zwecke, nicht für direkten Kontakt mit Patienten während oder nach der Therapie geeignet. Der Wallrider, auch als Alp, Mara oder Schrad bekannt, ist eine dämonische Kreatur deutschen Ursprungs, welche die Schlafenden heimsucht. Sie kriecht auf die Brust der Schlafenden und presst die Luft aus ihnen heraus. Die Schläfer wachen erschrocken, paralysierten nach Luft dringend auf. Der Name Mara lässt auf Mar oder Nachtmarsch schließen. Sexuelle Übergriffe des Dämons sind selten, aber er soll Milch aus den Brüsten der schlafenden Frauen und Blut aus den Brustwarzen der schlafenden Männer trinken. Ja, pfui, Deibel. Noch drei Batterien. Äh, okay. Dann müssen wir wohl doch in die andere Richtung. Scheiße, Mann. Hier war ja nichts mehr sonst, ne? Da ist noch eine Tür. Ganz viele Spinde hier. Ah, die ist zu. Mist. Toll. Oh, Toiletten. Sonst nix. Ähm, 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 was, was, was? Die Musik, äh... Ist da hinten jetzt einer oder nicht? Ich meine, wir haben einen Laufen sehen, aber... Da ist noch eine Treppe. Ach, der steht da hinter der Tür. Guten Tag. Ich probier's. Ja, ja. Äh, was? Was war das? Was war das? Da stand da was. Haupthalle. Das ist so eine Art Haupthalle. Ein Wachmann. Deine Warte. Warte. Ah. Gott sei Dank. Wir haben jetzt noch drei, plus die, die gerade drin ist. Und hier geht's runter. Und hier geht's rauf. Wir sollen ja die oberen Stockwerke... Da können wir, glaube ich, springen. Deswegen gehe ich jetzt eben mal runter. In der Hoffnung, da ist noch was. Hier ist sogar noch ziemlich viel, ne? Was ist denn hier los? Sollte mir das jetzt Sorgen machen? Ist noch eine A... Scheiße. Projekt Paperclip Joint Intelligence Objectives Agency JIOA Dokument Nummer 8 von 186 Ertukak, wer liest das denn? Ablage 230-86-46-5 Auszug Ref, Referenz oder so? Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen A. Projekt Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy und Air Force heranzuziehen. Projekt 63 ist in erster Linie ein Verhinderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel dieses Programms ist, bestimmte herausragende deutsche und österreichische Spezialitäten... Herausragende deutsche und österreichische Spezialisten... Achso. ...in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Ah. Interessant. Okay, er macht mir da ein bisschen Sorge. Der hat nämlich auch eine... ...Machete. Und deswegen verpisse ich mich jetzt wieder. Und halt die Klappe. Halt die Klappe. So, siehste, das hat geklappt. Soll ich jetzt schon nachladen? Ich weiß es nicht. Okay, was haben wir denn hier? Was steht da? Für diese Tür ist ein Schlüssel notwendig. Ach was. Natürlich zu. Auch total zerstört. Aber über Kerzen, ne? Hier muss der Pfater zu Hause sein. Pfater, hab ich Pfater gesagt. Wissen Sie da? Blut, Kerzen. Das hat schon leicht was Christliches hier. Denen ist er doch. Sie können durch die oberen Stockwerke hier hin. Ja, wieso denn nicht da? Hey, Pfaffel. Batterie, sehr gut. 我 gonna geh mal. humility fittest? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Euch geht mit dem Hinter rail所. Nichtsu Boo! Ich weiß es nicht.